Hey und willkommen zu einer weiteren Runde Virtual Reality, heute mit dem Spiel Wreck Room, zusammen mit Herr Bergmann. Bewertet im Part und viel Spaß! Oh, da bist du. Hallo, mein Gott. Guck, was ich gefunden hab. Boah! Alter! Ja, krass, ne? Ja. Sag mal, bist du eigentlich wirklich? Das ist doch eigentlich deine richtige Größe, oder? Ja. Ich hab nie gemerkt, wir haben nie die Größenunterschiede zwischen uns. Guck mal. Hä? Nein! Was ist denn? Oh Gott, die Scheiße! Was ist denn jetzt los? Alter, weg! Weg, weg, Manu! Hey! Na, ihr fangt mal! Wow! Nein! Geht's dir gut? Das war doch nicht so gemein, das war doch nicht so gemein. Ja, komm hier, high five! Aua! Wir haben wehgetan! Warte mal, stell dich mal gerade hin. Ja? Warte mal, ich mach ein Bild, wenn ich so mach. Hä? Hä? Hab ich auch gerade gesehen. Was war das? Hm? Ah, da ist schon wieder! Da ist es! Ja, ja, und jetzt? Was soll ich dann tun? Aktiviere dich! An! Kannst du hier reinschlagen mit deinen Fäusten? Was? Warte, was? Ah! 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 Ui, ich printe es! Warte hier! Hier ein Bild für dich! Oh! Ey, sehe ich wirklich so gut aus? Ja! Ohne deinen doofen Helm! Hey, der war klasse! Kann ich das irgendwie so einstecken hier? Warte! Ja! Komm, ich mach ein Selfie von uns! Komm her! Mit dem Bild noch! Und jetzt! Ja! Oh, ist das schön! Das printe ich mir! Ja, ja! Hier! Nice! Da, guck! Oh! Das ist sweet! So! Wie krieg ich das? Muss ich das Ganze mit tragen jetzt, oder? Ja! Ah! 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 Ach, guck mal! Fein! Ja, man kann sich das hier, guck mal, so ins Gesicht kleben! Das ist schön! Wie mach ich das so? Okay, Manu! Ich bin soweit! Kennst du das Spiel? Äh! Das ist neu, ne? Ja, ja! Nee, ich kenn nur das hier Curling, hab ich spiel ich immer! Oh! Hä? Hä? Ich hab meine Kugel verloren! Was passiert hier? Ich weiß es nicht! Wo bin ich? Ich bin dran! Okay! So, wie ein Profi! Ich würd's gerne mit Beinhänden nehmen! Ach, toll! Boah, das ist aber der Profi, richtig so in die Hüfte gehen! Nein, 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 nein! Ach, komm! Einen hab ich noch! Ganz knapp, ganz knapp! Danke! Oh, da ist eine Kugel! Kann ich die haben? Ja, danke! So, jetzt aber! Jetzt weiß ich, ich weiß jetzt, was mein Fehler war! Ja? Ja! Yeah! Uh! Du bist dran! Wie hab ich das denn geschafft? Nehm ich mir einfach eine Kugel hier aus dem Regal? Ja, offensichtlich! Ja! Okay! Ich brauch natürlich ein bisschen Anlauf, ganz klare Sache! Oder darf ich nochmal? Nee! Doch! Hä, wo ist meine Kugel denn? Ich bin dran! Ja? Hä? Warum bin ich denn nochmal dran? Ja, Tatsache! Ja? Ja, mein Name leuchtet noch! Okay! Ach, weil ich die Bahn gar nicht berührt habe! Ah, lol! Das war stimmt! Das war nur ein Witz von mir! Ja, 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 das war ein Prink! Oh, ja! Ja! Oh! Ja, ja, och man! Nicht schlecht, nicht schlecht! Ja, 6-6 hast du! Krass, ne? Okay! Okay! So, bereit? Hey! Ja! Hey, hör auf! Komm! Nee, komm! Ich stelle mich doch nur hin! Oh! Oh! Oh, schade! Ach, schade! Das hätte doller sein müssen! Und wie willst du das jetzt schaffen? Na, wie? Mit einem, wie heißt das? Spin? Und, und? Ja, 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 ja! Boah, schade! Ja, aber es hätte funktionieren können! Ja, warte mal, was ich jetzt mache! Zeig dir mal einen Trick! Ich gucke gar nicht erst hin! Als ob! Durch die Beine! Woo! Oh! Ja, ja! Ja? Hat schon mal besser funktioniert! Schön auf die rechte Seite! Und dann schön so einen Schlenker rüber! Komm! Ja? Genau so! Okay! Und was wetten wir? Was kriegt der Gewinner, der den ersten Strike hat? Oder zumindest alle abräumt! Egal ob mit ein oder zwei! Nee, der, also der Gewinner des Spiels bekommt! Was kann er denn bekommen? Was hast du denn so zu Hause? Ich kriege deinen Kanal, Kriegi, für 24 Stunden! Nee! Einfach 30 Werbevideos! Oh! Oh, 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 oh! Ja! Pew, pew, pew! Pew! Aber ich mache das jetzt auch, pass auf! Passiere dich noch ein bisschen, warte! Ah! Ja, ja, oh, ja, oh! Komm her! Oh, danke! Danke! Das war ein bisschen... Warte hier! Du kriegst das hin! Du kriegst das hin, Manuel! Ich krieg das hin! Ich krieg das hin! Ich krieg das hin! Sag's mir! Krieg das hin! Was war das da gerade bei dir? Ich bin über den Tisch gestolpert! Ah! Ja, genau da hin! Genau da hin! Okay! Das war ja nun ein Witz! Du konntest mich weiter links hinstellen! Nein, das war nun ein Witz! Du hast mal so einen leichten Rechts... Okay, das war ein guter Witz! Okay! Ja, genau, toll! Anstatt du mal sagst, dass ich weiter nach links soll! Ah, scheiße! Okay! So! Nein! Nein, das hat nicht gezählt, oder? Was? Hast du gerade... Du, ich hab dir gerade eine Kugel in die Hand geworfen und guck mal, wo die gelandet ist! Kannst du die nehmen? Oh mein Gott! Danke! Alter! Was wird denn das? Ja, mach ruhig! Alles gut! Ja, ja! Ah, du Sau! Du hast sie getroffen! Ich hab sie getroffen? Ja! Nee! Manu! Das geht gar nicht! Ich sag dir mal was, ja? Hier geht's um Sport, Alter! Hier geht's um Gewinn oder Verlieren! Nicht irgendwie um irgendwas hier... Was? Was wird denn das eigentlich... So, so Stress! Ich bin dran! So, jetzt mach ich's! Pass auf! Was machst du da? Mann, ich störe dich auch nie! Ja! So, Manu! Warum liegt da deine Hand? Ich weiß nicht! Irgendwas passiert dir gerade! Wie soll sich da deine Hand... Dabei sein ist alles, Manuel! Oh! Alter, was mach ich denn? Du weißt schon, dass du die Pins umhauen musst, oder? Ach so, guck mal, liegt's gleich daran! Einer ging noch mit! Hä? Was war das denn? Oh, lol! Ey, du hast doppelt so viele! Ja, aber ich kann jetzt einmal ernst spielen, ne? Spiel mal einmal ernst! Komm, dann machst du einfach mal... Einfach einmal nach Gefühl, ja! Bei dir sieht's halt auch immer so schweinisch aus! Alter! Jetzt, ich muss treffen! Oh Gott! Vielleicht musst du einfach ein bisschen langsamer machen! Aber du magst auch die Ecken, ne? Ja, ja! Mein Mojo hat mich verlassen, seit du mich hier vorhin so ein bisschen manipuliert hast! Klar, natürlich! Ja, wirf doch! Trau dich, trau dich! Ah! Ne, ne, ne! Ich hab auch ein bisschen was geändert! Ich muss mal kurz in mich gehen! Scheiße! Was ist das für eine Scheiße?! Hallo? Ich hab das gesehen! Was? Ja, dass du da... Gerade mit wem... Mit wem hast du denn geredet? Warno, du hast nichts gesehen! Du hast nichts gesehen! Beruhig dich! Du hast nichts gesehen! Ja, fass meine Banken an! Fass meine Banken an! Nimm deine Kugel! Spiel ein bisschen Boding! Hab Spaß! Vergiss, was hier gerade passiert ist! Komm! Los! Komm! Hast du einen Tipp? Ähm, im besten Fall mittig treffen! Soll ich mal von hier? Mit so einem leichten Drall! Mach mal von hier! Mach mal! Ich schaff das! Ja! Fast! Kannst du mal... Sag mal! Ich mach... Ne, die Maschine dreht ein bisschen durch hier gerade! Ja! Oha! Oh, schön! Alter! Nein! Aber der war schon sehr, sehr gut! Muss man dir lassen! Oh! Ja, komm! Jetzt darfst du nochmal! Manu, so macht man das! So macht man das! Das bleibt schön drin in deinem Video! Das wird nicht wieder ausgeschnitten! Das wird rausgeschnitten! Was? Foul! Das war genau in der Mitte! Das war genau in der Mitte! Und ich werde... Zählt das? Schade! Schade! Mann, es war perfekt in der Mitte! Ja, aber leider übertreten, Manu! Pff! Ja! 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 Komm! Ich treff was! Ich treff was! Oha! Das sieht aber auch immer so geil aus, wie du so deine Hüfte noch festhältst! Das sieht immer... So sieht das bei dir immer aus! Ich halte meine Hüfte fest? Ja, das sieht immer so aus, als würdest du dich so in der Hüfte festhalten! So, ja, so! Guck mal hier! Wie so ein Cowboy, der mit der linke Hand immer so Revolver hat, weil er so Paranoid ist, das hat er schossen hier! Hä? Jetzt hör mal auf, wie ich mich zu manipulieren! Was ist denn hier mit deinen Voodoo-Kräften? Feige! Oh! Oh nein! Was ist da los, Alter? Ja, das war... Was ist denn hier? Ich bin Gott, Manu! Du musst mich anbeten! Hä? 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 Was ist doch das denn? Ich hab sie geworfen und einfach wieder gefangen! Hä? Hä? Ach! Ne, ich bin, ne, ne, ne einzige Enttäuschung! Das bist du nicht, Manu! Gib mir! Gib! Ja! Oh Gott! Alter, voll in die Fresse! Oh! Oh, Manu! Ah, nein! Aber die hat auch nicht so einen richtigen Drall, die Kugel irgendwie! Der kann man nicht so einen richtigen Drall mitgeben! Puh! Okay, wir haben viel durchgemacht, Baby! Wir haben viel durchgemacht! Komm! Puh! Mach mich glücklich! Mach mich glücklich! Komm schon! Bring mir Glück! Bring mir Glück! Bring mir Glück! Ich lass mich nicht ablenken! Manuel ist gar nicht da! Ich bin 1 mit dem Ball! Ich bin 1 mit dem Ball! Da lang! Puh! Hojojo! Ohohohojo! Ah, du Sau, Alter! Das war deutlich abgelenkt! Mh! Das ist wirklich abgelenkt! Ah, nee, jetzt hab ich mein Mojo verloren! Und, komm schon! Herz der Karten! All die Jahre! Ich hab die doch immer so gut gedrängt! Scheinbar nicht! Was machst du da? Ich tanze ein bisschen! Kann ich auch eine haben? Na klar. Die musst du dir schon holen. Wieder ein bisschen daneben. Aber es wird besser. Das war es doch schon. Hier guck mal, dein Zug. Alter, was ist denn falsch? Mein Leben lang bin ich auf der Suche nach einer Berufung. Ich bin an diesem Profi-Bowling-Spieler vorbeigegangen, Alter. Traust du dich gleich von da hinten zu werfen? Ja. Weil gewonnen hast du eh ... Oh! Schon wieder zu weit rechts! Nein! Schade, Manu. Echt schade, schade. Oh! Ach komm! Ey, wäre das jetzt so ein Strike gewesen. Das ist doch nicht wahr. 81! Ich brauche ein Getränk, Manu. Mir ist heiß. Mach den Kopf zurück. Ja, mach. Ja, mach. Wo war ich? Warte hier. Legs mal drauf ab. Bei mir. Hier drauf. Okay. Okay. Das ist schön. Ja, alles klar. Aber kann ich es hier draufstellen, du schlägst das volle Kanne mit dem, oh Gott, mit dem Schläger weg? Bestimmt, ja. 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 Wie das aussieht. Wie das aussieht. Guck, wie das aussieht, wenn man hier so ... Wie das aussieht, Mann. Ich poliere hier nebenbei meinen Billard-Köl so ein bisschen, wenn es den nicht stuhlt. Ja, mach das. Ach so. Nice. Ja, war so. Mann. Der war gut. Okay. 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 Ich glaube, mein Bowling-Glück hat mich verlassen. Längst du das ab? Ne. Das sieht wirklich aus. Als hätten wir wirklich die ... als hätten wir keine Gliedmaßen, gar nichts. Und hätten wir zum ersten Mal in die Sporthalle. Wir wollen es wissen. Ja, aber ... das kann doch nicht sein. Warte mal. Ey, das ist ... man hat doch gar keinen richtigen Bums. Ah! Man muss den Trigger halten. Dann, Manu. Nein! Wenn du triggerst, dann guck mal. Was ist das denn? Ah. Oh, Alter. Okay. Ciao. Ah, ja. Neustart. Alright. Oha. Oh, ja. Oh, 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 oh! Oh! Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ach, ja, du hast die ... du hast die vollen. Ja. Da bin ich jetzt auch dran. Ja, hast du auch eine volle Ange? Ich habe deine auch reingemacht. Ja, dann bist du nicht mehr dran. Ja, sehen wir jetzt, wie das Spiel das sieht. Ich glaube, das Spiel interessiert das nicht. Doch, doch, gerade ist es ja durchgegangen. Ja. Na klar. Natürlich. Natürlich. Dafür wurde ich geboren. Mach mich mal nackt jetzt hier. Einfach rein ... boxen. Lol. Ja, aber da war jetzt auch eine von deinen drin. Ja, deswegen. Ich glaube, man muss hier schon selber darauf achten. Ach so. Ja. Ja. Ja, dann start nochmal neu. Boah! Oh! Geht eine rein? Geht so irgendeine rein? Nee. Guck mal, wie die da wackelt. Ah! Oh! Sanft! Oh! 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 Neeeinnn! Ooh! Manu! Aber der Gedanke zählt ... Jetzt wie früher! Jetzt wie früher! Kennst du mal, wie früher, wenn man so den Rücken gemacht hat? Ja, aber das machen ja nur die coolen. Ja. Aber das muss ich von drüben dann machen, ja. Das krieg ich hin. Das krieg ich hin, Manu. Nein, viel zu lasch, naja, naja. Ja guck mal, aber da habe ich es doch einfach, glaube ich, hoffe ich. Das wollte ich auch für dich machen. Guck mal, hier schön die beiden Bälle hier. Alter, als ob. Ah, komm. Alter, Maru, ein Spiel mit dem Feuer, ein Spiel mit dem Feuer bei dir hier. Oh, das sieht gut aus. Komm, das schaffst du. Ah, oh, oh, oh. Ah, jetzt ist da noch eine vor. Junge, ich muss da auch nochmal irgendwann rankommen. Ja. Okay, und. Ah, du bist gut, du bist gut, du bist gut. Hä? Was ist das denn? Ich habe dir was denn in die Hand genommen. Ja, dann bin ich jetzt. Wie? Weil ich eine Kugel in die Hand nehme? Ja, natürlich, du hast meine Kugel verändert. Weg. Hallo, ich bin dran. Ich bin. Ich habe was in deine Kugel berührt. Das. Ja, dann mach doch, dann mach doch, dann mach doch. Komm, du Betrüger. So, hallo. Nein. Nein, 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 nein. Bitte. Okay, deine. Oh, Mann. Ich habe dir die extra vorbereitet. Mhm. Oh. Was war das denn für eine? Ich habe die halbe, ich habe deine reingeballert. Ach so. Weißt du, aber alles gefallen. Happy Birthday, zum Geburtstag. Danke. Soll ich dir auch einen Gefallen tun? Ja. Ne, brauche ich nicht. Ich helfe dir. Ich helfe dir. Du hast ja meine Kugeln schon neu positioniert. Ich helfe dir. Ja, und die mache ich jetzt rein. Nein, ich will nicht, dass du hilfst. Nein. Mach, mach, komm, mach deine. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Okay, okay. Wenn es nicht will, dann lasse ich es. Ja. Ganz easy hier ein bisschen seitlich treffen. Guck mal, guck, guck. Gucken. Oh, komm. Ja, ja, es sieht gut aus. Es sieht echt gut aus. Ey, komm. Ja. Komm, Alter, komm. Bist du, mach mal eine Witze. Ja, ja. Danke. Das war sehr lieb von dir. So. Und jetzt mache ich dich nass. Jetzt mache ich dich nass. Hä? Und? Oh, die schwarze, nein. Ja, ist gut. Ist irgendeine reingegangen? Nein, nein, nein. Ja, guck dir das mal da hinten an. Was soll ich denn da jetzt machen? Einfach rein. Manchmal muss man einfach komplett einmal ins Gezüge rein. Okay, dann mache ich jetzt hier rein. Einfach rein. Ist mir egal, was daraus wird, ja? Okay. Und? Einfach rein! Boah. Oh nein. Nein! Du bist so ein Dreckiger! Tja, Manu. Dreckiger Scheiße hier. Nimm den noch. Was willst du, hä? Wirdst du Stress oder was? Ja. Du hast da gerade einen großen Fehler gemacht. Oh, Scheiße. Oh nein. Da, 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 da. Hör auf, hör auf! Ich geb auf. Guck mal was ich kann. Das sieht sehr gut aus. Ich habe meinen Teil weggeworfen. Papa, Papa auch. Was macht denn dein Kopf da unten? Warte, wo ist das Getränk? Wo bist du? Ach, da, da. Ich hole was. Ich rette dich. Da. Komm. Ja. Geil. Da. Ja. Leb. 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 Papa ist wieder da. Jetzt bitte einfach kurz weggucken, weil ich sehr lange brauche aufzustehen. Vielleicht kannst du hier coole, spannende Musik machen, während ich aufstehe, dass es ein bisschen geiler wirkt. Was macht der da? Er verwandelt sich. Er verwandelt sich. Hey, Nanu. Hey, guck mal. Das ist lieb, danke. Hä? Hast du geklappt? Hallo? Hi. Er zählt drei Sekunden runter. Warte nochmal. Warte, warte, warte. Moment. Was machst du denn da? Ja. Ach, guck dir diese Scheiße. Drei Sekunden. Wohin willst du denn? Komm, was du getan hast. Das ist fast zu deinem Gesichtsausdruck. Okay. Ich will aber eins fest umschlungen. Ach, ja. Komm her. Oh, guck mal, wie wir sogar gucken. Da. Mega gut. Ich share das mal. Das ist sweet. Das ist sweet. Hier. Guck's dir für immer an. Warte, ich wollte sie ins Gesicht kleben. Ach so, danke. Aha. Nice. Du kannst nicht immer... Jeder Tag ist diese Situation. Jeder Moment. Ah. Schön. Na warte, ich hole mir auch mal eins. Oh, ich erzähle ich's auch immer. Alter. Als wenn ich schielen würde. Wer bist du denn? Was? Du bist mein neuer bester Freund. Warte, warte, warte. Ich mach das Bild noch perfekt. Kunde. Äh. Mann, ich will ein Bild. Da. Da ist es. Komm mal her. Oh, schön. Print. So. Dann darfst du er mal weg. Ach so. Warte, warte. Ich mach ihn perfekt. Da. Dein neuer Freund. Liebe dich. Warte, warte, warte. Du bist so schön. Ja, umarm ihn mal. So, dass man aus dein Gesicht sieht. Oh, schön. Okay, okay, okay. Weg damit. Boah, Alter. Und das machen wir jetzt endlos. Ja. Ich wette, da wird keiner drauf gucken. Sondern einfach nur Dreck wegwerfen. Den Gag gar nicht verstehen. Ach, das ist wirklich schön. Okay. Dann bewerte den Part. Schaut noch in die Videobeschreibung. Da sind ganz viele tolle Sachen verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.